Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, für den Preis und die Laufdauer ist alles in Ordnung benutze die schon seit einiger Zeit und bin voll und ganz zufrieden in Ordnung. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.